jo liebe leute herzlich willkommen zurück bei grid und wir sind dabei mit den uk potatab masters zwei runden zieler sound und grand hedge und wir gehen rein ins rennen neben den wagen dem akura so die strecke ist fünf kilometer lang ist es die strecke mal wieder wenn sie gerade auf dem weg zur tribüne sind nur zur erinnerung gleich geht es los bis dahin verrat uns doch etwas zur strecke christian silverstone ist natürlich weltberühmt jeder fahrer träumt davon hier anzutreten und dank der grid world series gibt es hier auch rennen die wir sonst nicht sehen würden es wird definitiv eine spannende veranstaltung also das ist wieder so ein timetaktik oder was oder müssen wir jetzt hier gleich das ganze feld aufschlöpfen das sieht nämlich so aus das sieht so aus was wir hier ist das ein timetaktik reden ja ok dann haben wir drei vier und zwei sogar unsere beste zeit gesetzten so mittlerweile sind wir schon auf elf ordner zwischenzeitlich sind wir schon gut ja klar der ritter kapitel noch Momentan die Westside-Position gibt es ja hier keine, aber ich möchte mich nicht aufhalten zu lassen. So, immer noch die Führung, die Zwischenzeit, vier und zwei. Ja, zwei Rennen sehen wir uns heute auch noch in der Fall hier wieder, ja was soll ich sagen, ich hab dann so erzählt, wenn ich es richtig gelesen habe, aber egal, ich nimm es nicht. Sollte machen wir mich schon über die Linie. Aber wir müssten jetzt, ja, weil das nicht gewesen wäre. Wir sind vorbei an den nächsten, das Ziel ist es, den nächsten zu kassieren, aufzuarbeiten. Wir sind gleich vier Autos für unsere Brindworte. Sollte machen wir das? Ja. 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 Zwei sind direkt hier vor. Ja. 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 Das ist doch der Einer Traves von uns. In der Tat noch mal ein bisschen Rückstand, dass die Zeit betrifft. Das hat ja unsere eigene Bestzeit. Das reicht aber nicht. Ah, ne, das ist richtig. Jetzt kommt ein bisschen davor, das müsste die zwei noch sein. Die zwei Jungs hier noch sein. Ich check die Runde, die wird jetzt qualifiziert, das ist klar. Wenn wir da ausgehen, dass ich jetzt noch mal eine Stelle runterfahren würde. Aber das ist mir egal. So, kriege ich den einen noch, jetzt kannst du den abgefangen. So, ich weiß nicht, ob jetzt auch einer davor steht. Aber ich glaube, das war der letzte, der uns in der letzte fehlte. Das ist ja noch. Wir sehen uns, was wir haben. Super, was wir? Da wir sehen uns, das ist schon, wenn wir jetzt einen abgefangenen. Wann auch, was ihr? Was ist jetzt? Na, da. Was ist das? Na, da. Was ist das? Was ist das? Wir sehen uns, was das nicht? Na, da. Was ist das? Ich habe es ja noch mal eine Stelle runtergeworden. So, na, die Zeit ist langsamer, ich versuche mich mal die erste Runde noch mal zu packen. Ich würde es für den nicht bringen, weil die haben 10 Sekunden Rückstrahl mit dabei laufen. Aber mal schauen. Da zurück? Scheiße. Naja, das wird sich draufgegeben. Das ist die zweite Runde, die haben wir gekannt. Schade, aber man hat sich das erledigt. Jetzt hätte ich jetzt noch mal eine Bestzeit geworden. Das wäre, die jetzt aber leider gestrichen wird. Zwei Bestzeit werden wir noch mal gestrichen, aber es reicht trotzdem, um den Sieg hiervon zu tragen. Ich bin da nicht. Ich bin da nicht nur an. Ich bin da nicht. Ich ist inkele cứuert, dass ich mich zu Hause das war und nur an ihm aus schnauert. So, wie war es denn? Gut, okay. Check. Erste Rennen durch. Jetzt hoppen wir noch, dass wir ein weiteres Rennen am Volkreich abschließen. Dann haben wir die Serie auch hier gewonnen. Ist ja auch schon wieder die Serie des Tages. Also in der Woche. Nur gemerkt. Und es ist Levy 6,80. Gut, dann haben wir noch ein Rennen hier noch. Und zwar den Grand Prix Circuit Reverse Grand Sedge mit 3,90 Kilometer. Wieder einen vier Runden Time Attack. Und wir haben jetzt die Pole Position das erste Mal. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Christen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Einer der Fahrer kommt vom Asphalt ab. Das war Zeitkosten. Jetzt schon wieder zum Nummer 2. Das hat mich noch nicht mal gestrichen. Äh, noch nicht mal wie ich starte. Aber okay, wir führen uns jetzt erst mal. Wir haben uns ein bisschen Luft. Ich möchte es jetzt nicht mit dem Rollen plagen, sondern einfach keine unserer Runde durcharbeiten. So, der erste Sektorzeit 23,7. Aber der ist jetzt so gut, das weiß ich nicht. So, ich glaube, ich könnte noch ein bisschen aufpassen, weil das kann uns auch mal eben kurz die Runde kosten. So, ich könnte noch ein bisschen aufpassen, So, die erste Sektorzeit. Nächste 27er Zeit. Ja, jetzt wird sie rein, okay. Ja, 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 alles gut. über den sekunden vorsprung das könnte man die neue absolute bestzeit werden okay so viel zum thema dazu oder war mal gehört dass die runde komplett gestrichen ah man das ist ja gar nicht ja es war ein minimaler wird es nicht geworden aber du musst jetzt einmal arbeiten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020